Untertitelung des ZDF, 2020 Antony Gaudi. Der Höchste soll einmal über 170 Meter messen. Die innere Konstruktion der Kirche ist revolutionär. Erstmals in der Geschichte der Architektur tauchen diese fremden Formen auf. Woher kommen sie? Keine Säule gleicht der anderen. Jedes der Kapitele ohne Gleichen. Jedes Element ein unikat rätselhafter Bauart. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020